Ich arbeite bei Stadtwerke Bayreuth in der Buswerkstatt als Kfz-Mechatroniker, Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik und bin halt zuständig für den Erhalt der Busse. Viele verschiedene Tätigkeiten machen mir hier unheimlich viel Spaß. Das fängt von der Busreparatur an, über das Busfahren selber, dann mache ich noch die Meistervertretung, also die Werkstattleitung. Das alles macht aber deswegen so viel Spaß, weil wir hier ein super Team sind. Also bei unerwarteten Ausfällen stellen wir Ersatzbussen bereit, die wir sofort einsetzen können, wenn der Bus ausfällt, dass der Kunde nicht lange warten muss und dass der Rienerverkehr einfach einwandfrei weiterlaufen kann. Ich glaube für die Bayreuths am spannendsten, dass wir im Jahr 2,1 Millionen Kilometer fahren in Bayreuth und wir transportieren im Jahr bis zu sechs Millionen Fahrgäste. Wir erleichtern den Bayreuthern das Leben, indem wir sichere, sehr gut gewartete Busse zur Verfügung stellen, damit sie nicht lange an der Bushaltestelle warten müssen und damit sie auch sicher an ihr Ziel kommen, wo sie hinwollen.